Ja, ich hab's getan. Ich bin jetzt hier in Paris. Ziemlich entspannt, die Angelegenheit. Ich habe auch die richtige Friseur für die Aktion. Ich freue mich jetzt auf den Urlaub. Ich werde trotzdem mal gucken. Das Verständnis ist hier eigentlich anders, was das Autoverkehr angeht zumindest. Aber ich halte es auch im Laufenden. Die Schweringer Eindrücke sehr, sehr cool. Eine Lifestyle-Stecker. Die Schweringer Eindrücke